Der Erklärbär Nummer 31 Fähre Eine Fähre ist ein Schiff, das verwendet wird, um Menschen und Fahrzeuge von einem Ort zu einem anderen zu transportieren. Dies geschieht meist über eine kurze Entfernung. Fähren sind in der Regel kleiner als Frachtschiffe und haben Platz für Autos und Passagiere. Sie fahren auf dem Meer oder auf Flüssen und werden verwendet, um Menschen und Fahrzeuge von einer Seite zur anderen zu bringen, ohne dass sie eine Brücke oder einen Tunnel benutzen müssen. Fähren sind eine bequeme Möglichkeit, sich von einem Ort zu einem anderen zu bewegen. Sie sind in vielen Teilen der Welt ein wichtiges Transportmittel. Die ersten Fähren wurden von Menschen vor Tausenden von Jahren verwendet, um sich über Flüsse und andere Gewässer fortzubewegen. Die ersten Fähren waren damals einfache Flöße, die von Menschen mit Rudern oder Segeln bewegt wurden. Im Laufe der Jahre wurden Fähren immer komplexer und fortgeschrittener und sie wurden für immer mehr Zwecke eingesetzt. Heute gibt es viele verschiedene Arten von Fähren, die für unterschiedliche Zwecke verwendet werden. Wie zum Beispiel für den Transport von Menschen und Fahrzeugen über kurze Entfernungen oder als Transportmittel für Touristen. Fähren spielen auch heute noch eine wichtige Rolle in der Transportindustrie. Sie tragen dazu bei, dass Menschen und Fahrzeuge problemlos und preiswert von einem Ort zu einem anderen Ort transportiert werden können. Ich wünsche weiterhin viel Freude mit den täglichen Videos unseres Erklärbären. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like.